hey holo und willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft beast play fit the beast light ja und wie ihr seht habe ich den schon ein shader installiert es ist geil ich liebe es ich liebe schade aber ich sehe gerade hier die cloud dinger sind noch drin da muss ich gleich mal das ausstellen weil ich das hasse und ja zurück zum spiel ich habe jetzt auch musik drin weil ich irgendwie kriege ich nie so richtig die mischung hin zwischen musik und und dingsbums muss man kurz umstellen ich hatte ich hatte normalerweise mir die sexy pack von softex runtergeladen aber irgendwie scheint mir das gar nicht zu funktionieren ja und ich denke das war gerade ein fehler ne ist genauso gut okay ja da muss ich mal gucken wenn ich benutze jetzt erstmal die das normale texture pack finde es sieht mit schade auch relativ nice aus vielleicht lasse ich das sogar auch so weil dann pendeln sich die frames auch ganz gut ein von wegen 300 frames ja 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 nee 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 sind um die 45 frames ich könnte müsste eigentlich nur mal die sicht weiter unterstellen hier war es noch ja ich glaube normal reicht smooth lightning bleibt natürlich an okay da hat sich jetzt nicht viel geändert sind um die 50 jetzt reicht 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 ja zuckerrohr habe ich ich muss hier unbedingt heute was reißen geil guck mal wie das wasser aussieht hammer ich liebe schade ich könnte ich muss sagen ich könnte minecraft nicht mehr ohne schade spielen ich brauche eisen das würde ich mir glaube ich nicht geschmolzen okay auch gut ich meine nicht gut aber okay so ich mache mir jetzt mal noch ein paar bräder noch ein paar kisten so tack und ich habe mir eine liste gemacht mit so einigen sachen die ich auf jeden fall noch kraften möchte ich habe jetzt erstmal paar sachen hier rein so die ich jetzt nicht brauche und ich brauche also zuckerrohr möchte ich haben das möchte ich habe ich möchte nämlich gerne die sachen anpflanzen so ich gucke mal kurz im topf meine liste also heute habe ich mir vor genommen eine turtle zu bauen eine zuckerrohr farm recipe mode aber ich denke mal nicht dass der an ist okay so jetzt recipe mode dann muss ich später noch mal den anderen leuten vielleicht ist ja den auch schon aufgefallen weil sie nicht rucksack will ich bauen generator und ja sogar fahren jetzt kann wir ganz schnell hinkriegen rucksack ist glaube ich relativ auch einfach muss ich gleich mal hier reingucken aber erst mal wollte ich mir ein eimer machen damit ich das wasser da holen kann und dann die nächsten folgen habe ich viel vor also jetzt erst mal alleine aufnehmen und ja dann hole ich mir das erste mal das wasser und zwar würde ich die farm gerne da vorne so alles anbauen weil dann kann ich da so eine art glasdach drüber machen und das wird dann richtig nice hey schwein komm doch rüber zu mir du kannst dir ein schönes leben führen so ich habe nicht mal eine schaufel bin ich arm ich bin blöd einfach nur das ist es ja jetzt habe ich jetzt eigentlich nichts zu erzählen eigentlich wollte ich mir eigentlich ein thema raussuchen vielleicht macht das nächste oder übernächste folge kommt darauf an wie ich dann noch mal aufnehmen weil der mag ja relativ froh produzieren wollte und ich denke mal dann nehme ich mit ihm heute vielleicht auch noch mal auf mal gucken was kommt so wir haben immer noch hunger ja ja so langsam wird es wieder knapp schweinchen sti so aber doch also mit einem besseren pc lohnt sich das ganze hier schon so ich mache mal eben eine schaubel so ich hätte mir gleich noch eine spitzzacke machen können hobbys und haben wir noch gar nicht alle ich nehme mal eben die homids und kakaobohnen brauche auch kein arsch ich mache mal eben noch ein paar andere tools dann habe ich die auch schon mal dann baue ich mir erst mal glaube ich noch zwei spitzhacken oder so habe ich eine steinspitz ach so ne eine stil spitzhack habe ich nicht bekommen stil stahl ich bin hart auf stahl so okay dann mache ich mir eben mein grundstück hier das muss weg ich würde auch noch mal eine doppelte mauer bauen wollen und jetzt scheint ja so ein beschissener großer baum hier weil das ist ja alles so unebenmäßig gebaut und ich würde gerne ich würde gerne schon ein wenig sicherheit haben weil die mobster drüber springen können manchmal und ja deswegen weiß ich noch nicht so recht wie ich das mache so ist ja auch noch holz drin da hinten da noch da noch ich glaube haben alles aber wir haben noch kein bett ne so erstmal gucken hier hier ist auch noch ein baum ich glaube das ist schon wieder blackstones grundstück war mal eben das zeug ab und ich würde gerne gott es ist dunkel hier ich baue mal eben diesen zaun hier höher ich weiß nicht ob es erlaubt ist aber yolo zu meiner eigenen sicherheit ich habe den ja eigentlich nur einmal nach oben versetzt deswegen ich dachte schon was denn jetzt los so das mache ich auch schön so angleichend so wie sollten erstmal keine mobs darunter herkommen ähm so erst mal ein paar fackeln vertauschen hier weil die klebber da drüben oh nö ne jetzt richtig wisst ihr was ich mache rain off ach so ist schon aus okay 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 ich glaube da hat sich was getan so ähm so jetzt habe ich wieder meine wieso habe ich einen zaun über okay ja 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 so ich baue mal eben jetzt noch ein paar bäumchen ab hier wieso gibt es eigentlich von den birkenbäumen nie so mammutbäume habe ich glaube ich noch nie gesehen immer nur diese normalen boah voll die chillige musik gerade ich würde ja gerne ich glaube das mache ich nächste folge mal vielleicht mal gucken was die anderen so leute alles äh schon zustande gebracht haben hier muss ich die blätter weg machen weil sonst wird das nicht abgebaut die cane ich habe irgendwie angst nachts äh ich habe aber auch noch kein bett ähm ja aber guck mal es ist entwickelt sich doch hier so jetzt könnte ich das hier unten vielleicht hier weg bauen ich habe da gerade so eine idee dann baue ich da unten wieder die erde hin so komisch aber irgendwie kommt mir das so vor als hätte ich mir da von spark of phoenix abgeguckt die hat hier unten relativ auch äh ein äh ein äh ein 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 dings angebaut äh ein feld aber ich dachte mir das ist nicht so eine schlechte idee so zack ok ok und dann ähm mach ich jetzt mal so das ok so 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 ok dann baue ich hier wo ist meine ho da ne erstmal wasser erstmal wasser ok dann machen wir das hier mal ab also hier kommt eine wand hin würde ich sagen und zwar hier so da kommt eine wand hin die gehen dann hier rüber und da lang und dann hier drinnen ist dann schon das feld dann muss ich mal eben zählen ich habe so eine angst vor mobs leute auch wenn die map da ist ne das ist doch so ähm ich zähle mal eben eins zwei ne drei vier zwei drei vier ne ist falsch hier so klatsch und dann können wir hier schon mal den ersten das erste feld anlegen so wo haben wir es äh flaxseeds sugar cane nicht noch nicht und getreide ja so gut das ist doch gut noch mehr machen wir hier noch ne reihe die flaxseeds müssen wir dann irgendwie ne extra reihe mal anbauen ich will oder sollen wir hier noch ne reihe machen obwohl das ja doch 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 hier so noch zwei rein und zwar bis hier so dann baue ich die wieder weg hier ja so da noch ein dann geht es hier wieder um die ecke boah ich will schlafen leute und dann machen wir hier flexseeds an würde ich sagen so ist ja auch eigentlich egal oder so dann war doch schon was geschafft ich hatte so viel vor aber ich schaffe heute diese Folge nicht so viel das sehe ich schon kommen ähm irgendwo also ich würde auch gerne mal mein grundstück erst ausleuchten äh ich will ja nicht dass hier so viele spawnen ach das wäre ein hundi glaube ich so zack zack hi hundi tschüss hundi so können gleich mal wasser mitnehmen achso das können wir ja auch hier rausnehmen weil hier zum beispiel können die mobs einfach so rein wandern wie sie wollen und fastball äh so da bauen wir mal einfach so zu irgendwie ich weiß nicht wie aber okay hier ist einfach mal so eine ganze Reihe so ich muss das sowieso hier alles zubauen und den sand da wieder rausholen und äh okay ähm ich guck mir jetzt erstmal das Rezept von wow okay habt ihr das gesehen wow magi magi wow guck mal hier ist auch eine Höhle gar nicht gesehen so so einfach mal fuckeln verteilen so weil ich kann der Hund ist schon wieder drin im Grundstück so ähm ich hab nur noch eine Minute ich guck mal ganz schnell wie das Rezept von dem Rucksack geht äh wenn man das denn richtig schreibt ich hab den Pop das Mikrofon und Popschutzpumpen vor der Fresse deswegen ach so geht das nicht so einfach warte mal eine Abenteurer Rucksack gewebter Rucksack Imker Handwerker Schürfer nein nein Bergmann nein 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 okay ich glaube es ist der äh der Abenteurer Rucksack oh da sind 5 Jäger Rucksack ne das will ich ja nicht haben ähm ich würde sagen gewebter äh ich hab zumindest Rucksack schon mal gefunden ich würde mal genau jetzt weiß ich was das Problem bei mir ist ähm English USA und zwar guck ich jetzt noch einmal nach äh Rucksack Backpack so vielleicht finde ich es jetzt hier doch eher es war nämlich der Minus Backpack Soll ich den Woman soll ich den meinen oh die ja 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 alles klar okay wir brauchen zweimal Eisen Strings zwei Wolle im Ernst ach man ey Leute ich muss erst mal meinen ähm ja ich muss erst mal meinen anpflanzen ihr wisst schon Stone die brauche ich erst mal nicht Eisen das brauche ich auch erst mal nicht jetzt ich pflanze mal eben mein ähm Zuckerrohr hier an ähm hat dieses ganze gewuschelt wegen den Bäumen macht mich gerade wuschig äh so ich guck mal kurz äh eins zwei drei vier fünf fünf sechs sieben acht irgendwo hier da ich mach mal kurz einen auf so dann kann ich hier den Zuckerrohr anpflanzen so zack und äh ich glaub die Folge ist schon wieder zu Ende sollen wir mal ganz schnell nach Schafen gucken ob wir hier welche finden äh wieso hab ich gar keinen Fernrohr mehr options zoom wo ist zoom left control okay Schafe wo seid ihr was ist das ach Hund ich scheint nirgendwo Schafe zu geben ich brauche nur zwei Wolle äh eigentlich vier weil ich noch ein Bett machen will ne fünf fünf ich guck mal ganz fix Schweine Schweine vielleicht da hinten im Wald ganz schnell da sind da eh da gibt's Kürbisse und hier ist ne Höhle hier gibt's Hunde wieso gibt's die immer so für Hunde äh nein ich geh da jetzt nicht rein ich suche Schafe 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 Hunde 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 was ist das denn ok 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 Schafe oh hier ist ne Wüste da gibt's keine Schafe aber gut äh Wüste auch geil ähm weil Zuckerrohr und diese Blaze Flower Dinger so 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 erstmal hier das ganze Zuckerrohr abgreifen so und ähm diese Blumen wo sind sie? gerade gesehen da hinten die hier da kriegt man nämlich Blaze Powder raus so dann nehme ich doch gerade mal die mit die ich kriegen kann ein bisschen Zuckerrohr noch so dann noch ein bisschen Kaktus man kann ja nie wissen was ist das? hab ich nicht grad ein Schaf gesehen? ich hab doch oder waren das die Viecher hier äh oh einen Tintensack brauche ich auch und zwar für meinen Schreibtisch hab ich das jetzt mitgenommen? ich hoffe doch so ähm da hinten ist noch Zuckerrohr ey kein einziges Schaf zu finden Alter wieso nicht? da hinten ist ein Schaf 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 Wieso nur zwei Wolle? Oh Gott, Bett oder? Vier Wolle habe ich. Wie viel brauche ich? Fünf Wolle, scheiße. Ich glaube, ich mache mich mal langsam wieder Richtung zu Hause. Oh Gott, es ist laute Musik. Gut, dass ich die in der Nachbarweich-Jungel runterdrehen werde. Hoffe ich vielleicht. So. Ich habe viel Wolle. So. Ähm, übrigens. Oh Mann, guck, das ist ein Hexenhaus, aber ich will ein Kessel. Ich will die Folge gar nicht so lange halten. Ich brauche nur noch ein Schaf. Und da, Robert Trees. Alter. Ich werde mich aber hier ausloggen. Ich hoffe nicht, dass mir das einer... Wolle in das Hexenhaus, dann gehe ich doch nochmal eben rein. Oh. Okay. Ähm. Alter. Ich habe kein Material dabei. Ich hier hoch zu stecken. So. Ist keine Hexe drin, ne? Ja, da gibt es einen Kessel. Alter, den brauche ich nämlich. Die, die wirken Menschen mir auch mit. Ich würde sagen, ich leute mich hier aus. Haut. Ich wollte sie hier aus. Vielen Dank.